Was ist der Personalschef der Albine Bau? Als Personalschef der Albine Bau hatte ich im Dezember 2012 den Auftrag, kurzfristig einen neuen Vorstandsvorsitzenden für die lukrativste Konzerntochter der damaligen Albine Energie mit rund 3000 Mitarbeiter zu finden und auszuwählen. Herr Furch war innerhalb von zwei Tagen bereit, diese schwierige Aufgabe zu übernehmen. In einer unglaublich schwierigen Phase ist es ihm gelungen, Kunden und Lieferanten so zu beruhigen, dass auch weiterhin Aufträge für die Unternehmensgruppe lukriert werden konnten. Damit konnten die Banken und Versicherungen überzeugt werden, die Albine Energie weiter zu finanzieren und somit eine positive Fortbestandsprognose abzugeben. Es ist ihm gelungen, die Führungskräfte und Mitarbeiter so zusammenzuhalten, dass das Unternehmen trotz des Konkurses der Muttergesellschaft ertragreich verkauft werden konnte. Herrn Furch verbindet fachliche Kompetenz mit menschlicher Führungsstärke. Eine Kombination, die leider immer seltener wird. Aufgrund meiner einjährigen, sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit Herrn Furch kann ich ihm sowohl als Berater als auch als Interimsmanager sehr empfehlen.